Hallo und recht herzlich willkommen zu den 59 Sekunden. Wir sind auf der Heimreise. Leider Gottes hat es nicht geklappt. Thomas, dein erster Eindruck? Bis zum 1-0 haben wir sehr gut gespielt. Ein bisschen lauter. Wir haben gut gespielt bis zum 1-0, dann war auf einmal der Doppelschlag und dann... Ja, das ist... Ein bisschen lauter. Der Rapid hat Besseres verdient, haben wirklich gut gespielt, aber letztendlich geht es darum, Ball ins Netz zu kriegen und da war Salzburg halt effizienter. Aber dafür haben wir dann am Abend noch das tolle Spiel gesehen von Barcelona, wo wir gesehen haben, was möglich ist im Fußball. Lionel Messi, unfassbar. Heute habe ich ja auf der Kronenseite der Zeitung in der Früh gleich gelesen, dass Freddy Pickel noch einen letzten Kuh versucht, nämlich Messi zur Rapid zu holen. Messi hilft uns nicht weiter, weil wir haben in der Position eh Knas Müller, also wir sind... Müllner. Knas Müllner, ja. Hervorragend besetzt. Das war's mit 59 Sekunden. Tschau! Leilei! Gehst nicht zu abonnieren, bleibt uns treu. Auf Wiedersehen!